Jetzt schreitet Frank Stronach zu seiner ersten Rede im Hohen Haus. Sehr super! Scheidet frisch! Also, auch ich gratuliere von ganzem Herzen. Also, ich sag's geil! Ja, ich woll's nicht! Du hättest mich eher im Heimakel erlosten, Kellern! Jaja, ich sag's mal, ich sag's mal, das alles ist. Ich wollte dich beim basieren. Und ich wollte dich bei einer ersten Rede im Hohen Haus, diese Reaktionte und die 3альный Reaktionte zu machen. Ich höre dann aus, was ich nur in dieser Rede im Hohen Haus. Sobald das Reaktionte und den Lied auf dem Baden den Hohen Haus ist.